Willkommen zurück zu Gabriel Knight. Wir haben jetzt in der letzten Folge den dritten Tag angefangen. Zwei ganze Tage haben wir schon überstanden. Und dieser eine Typ ist gerade gekommen in der letzten Folge und wollte Gabriels Bild, das sein Vater gezeichnet hat, kaufen für 100 Dollar. Was wir allerdings abgelehnt haben. Wobei ich glaube, wir müssen das früher oder später machen. Als erstes werden wir wohl mal die Zeitung wieder lesen. Mal sehen, was es Neues von den Morden gibt. Times Pickle-Hugh, dated June 20, 1993. Gabriel scans over an uninteressant Front. Under the cultural events section, there's a notice about a lecture on african religions. The lecture is at Tulane University. Gabriel's horoscope for the day. An evil eye is upon you. Change course, before it's too late. Lighten up. Okay, ein neuer Ort, den wir besuchen können. Und eine weitere Warnung, dass man auf uns aufmerksam geworden ist, falls die Horoskope stimmen. Ähm, wir reden kurz noch mit Grace. Und schauen mal, ob es neue Nachrichten gibt. Do you have messages for me? Your pal mostly called. You left a message that they're interrogating a suspect this morning and you might want to be there. Sounds fun. Mm-hmm. I bet. Okay, noch etwas, was wir diesen Tag machen können. Do you have more messages for me? That man from Germany called again Wolfgang Ritter. Now he's claiming to be a relative of yours. I took down his number. If you change your mind and want to give him a call back, just ask me for it. Do you have more messages for me? I've given everything to you. Gut. Dann fragen wir mal nach das Telefonnummer. Can I get that phone number for Wolfgang Ritter? Sure, I'll give it to you when we're done talking. Okay. Here's our phone number. Thanks. Gut. Da werden wir aber als erstes jetzt noch nicht anrufen, denke ich mal. Das ist die Seite, wo Gabriel mir gegeben hat, vom Telefonbuch. Da haben wir so eins, zwei, drei, vier Stück. Somewhere gibt es ein Neu-Aliens-Phone-Buch, die eine von ihren C-Pagen missen. Da ich mir die Nummern definitiv nicht merken kann, werde ich sie mir mal ganz kurz aufschreiben. Eins, zwei, sieben, null. Eins, zwei, zwei, null. Eins, zwei, acht, null. Und die eins, zwei, drei, sieben ist es, glaube ich. Eine von denen müsste zwei sein. Und ich denke mal, da rufen wir doch erst einfach mal an. Wer hätte das gedacht, wir brauchen das Telefon doch noch. Also, fünf, fünf, fünf. Eins, zwei, sieben, null. Hallo. Hi, ist das die Casenou-Resonanz? Yes, what can I do for you? Do you or does anyone in your family patronize the Dixieland drugstore? I'm a busy man. What are you selling? Nothing. Good. Goodbye. Okay. Diese Nummer war wohl definitiv schon mal falsch. There's nothing. Dann probieren wir mal eins, zwei, zwei, null. Hallo, Casenou-Resonanz? Hi. I was wondering if you could help me. Ja? A woman in the Dixieland drugstore dropped her purse today and the name Casenou was inside it. Dixieland drugstore? Never heard of it. Sorry. Okay. Die Nummer war auch falsch. Dann probieren wir mal die dritte aus. Und es ist die eins, zwei, acht, null. Hallo? Hallo? I'm Connor from the Dixieland drugstore. We have an order for you. Castro, be quiet. Who is this? I'm a friend of the owner. I'm sure I don't know what you're talking about. Gut. Sie war's auf jeden Fall mal. Aber so kommen wir wohl nicht weiter. Aber ich erinnere mich noch. Ja. Die Haustierklinik. Spezialklinik für Hunde. 6 1 7 0. Dann rufen wir doch da mal an. Weil wir haben ja auch einen Hund im Hintergrund gehört. Cajun Critters Animal Clinic. This is Melissa. Um... Das ja. Do you have a Madame Cazenou as a client? Madame Cazenou? Sure, I know her. She's not here right now, though. Really? Hmm. She told me she'd be there. Would you happen to have her address by any chance? Um... Yes. But I'm not sure I should give it out. Who are you again? Probier mal das mal mit dem Castro. So, hieß ja ihr Hund, wenn ich's richtig verstanden hab. I'm worried about Castro. He's missed three dance lessons. Castro? Her little doggy? Oh, he's so sweet. Well, I guess if you know Castro, it's okay. Her address is 345 Dauphine. Thanks. Sehr schön. Dann wollen wir mal aufbrechen. I'm going out. Good luck. So, da ist die Wohnung von, äh, von der Dame. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen, tut mir leid. Dann lass uns mal hinfahren. Ah, ich glaube, ich einhache mich wieder. Das wird nicht, das bringt auch nicht. Ich denke, probier mal mal das hier an. Ha, I'm doing an art-long-voodoo, and I heard the cheese. I am a good Catholic, young man. Take your evil influence elsewhere. But I just have a few questions. I can feel the evil eyes. Go away. Gut, und das war ein ziemlicher Hausmiss. Und da erinnere ich mich noch, dass wir, dass sie ja katholisch, richtig heftig katholisch ist, ähm, weiterkommen, indem wir uns verkleidern. Und wenn ich mich recht erinnere, gab's die Verkleidung in der Kathedrale. Oh, ach, ich glaube, das war da hinten, war das, glaube ich. Da war auch noch eine Tür, die haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen. Da war ich zu panisch, hier wieder rauszukommen. Ah, jetzt ja. Appropriately sacrede Bücher sind auf der Teele. This small nook must be used as a ready room for the parish priest. It's small, cool, and has a faintly institutional feel. It's a picture of Christ. A freshly starched black priest's shirt stands out against the white robes in the cloud. There's a box of white priest's colors in the closet. The closet shelves are stocked with the odds and ends of a saintly life. In other words, nothing Gabriel is familiar with. Gut, dann gehen wir mal so gerade mit. Well, you never know when a priest's color will come and hand it. You've already got me. Ja, ich will auch nicht dich anklicken. Gabriel kann Nazi. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz zur Seite. So, das war Hankommen. I can resist black. Gut. Dadurch können wir uns jetzt halt relativ gut, denke ich, verkleiden. Ah ja, den Kragen hat er schon dazu getan. Und mit so einem Priester würdest du bestimmt reden. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Allerdings, bevor wir da hingehen, würde ich sagen, schauen wir uns diese Vorlesung vielleicht mal an. Beziehungsweise, nee, wir machen auch was ganz anderes. Wir gehen in den Jackson Square und schauen nach, ob der Maler unsere Zeichnung schon fertig hat. Okay. 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 Da ist er, dann reden wir doch mal mit ihm. Wie geht's heute? Was? Oh, es ist nur du. Mann, ich habe mich all den Tag gesprungen. Das, das Pattern von dir hat mich wirklich aufgeregt, für einen Grund. Es ist nur etwas schreckliches. You've finished it? Yeah, and you're welcome to it. Here. Wow, this is great. Uh-huh. Just don't, like, blow up the planet with it or something, okay? I didn't mean to upset you. Ah, forget it. I'm probably just being stupid. Do your thing with it and good luck. Gut. Ein neues Symbol. Ein fertiges Symbol. So sieht es also aus, wenn es vollständig ist. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Mir im Moment gerade nicht so wirklich, glaube ich. Okay, schauen wir mal, ob es auf den anderen Seiten noch was gibt. Oh, eine Wahrsagerin. Mit einer Schlange. Okay, das hat nicht ganz so gut klappt. Come on, boys. Hoopla. Not a bad idea. Oh, baby, I love it with you. Madame Lorelai winks no head at Gabriel and bridges her head. Yep, she reminds me. Thanks for it. Einen Dings hat sie aber vergessen. This is the last page of inventory. Ja, ist ja schon gut. The veil belongs to the fortune teller. It's covered with shiny iridescent sequence. That item. Dann holen wir uns doch nochmal die Dupe. Wenn wir Glück haben, ist vielleicht von der Schlange eine Schuppe drauf. Gabriel examines the veil with a magnifying glass. Äh, bingo. That sequence looks a little strange. Why? It's a snake scale. There's a snake scale caught on the veil. Gabriel uses the tweezers to remove the snake scale from the veil. Das hat geklappt. Gabriel magnifies the scale from the fortune teller. The iridescent scale is huge olive green. It doesn't seem to match the scale from Lake Pontchartrain. Okay, also wieder keine Ähnlichkeit mit der Schlange dort. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Oh, mal sehen. Geh mal ihr noch das Tuch wieder zurück. Falls es geht. I think this veil belongs to you. Huh, my veil. I'm always losing those things. You have no idea. Well, darling, you're such a sweetie to return a lady's delicates and so handsome as well. Well, I... And since you have such a clear interest in fortune telling, let me see your hands. They look so strong. Perhaps they will make both our fortunes clear, no? I wish something would. Hmm, strong. Yes, and yet so delicate. And, uh, flexible. You don't know the half of it. Oh, good. I see a mysterious woman in your immediate future. Madam Lorelei winks at Gabriel knowingly. She is a dangerous woman. Dark and beautiful. Ah, I see the road of your life, folky. And very soon. The blood drains from Madam Lorelei's face in an instant. Sweat beads on her upper lip. Are you okay? They're all... Bullseys. Oh, God. Beware! 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 What is it about me lately? Hmm. Ich schätze, das ist genau die, wo auch für die Zeitschriften die, äh, Horoskope schreibt. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt erst mal eine kleine Aufnahmepause. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Und zwar am besten mit der Universität, hätte ich gesagt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.